Vorne möchte ich, dass sich alle Leute erstmal hinweg sind und am öffentlichen Bild am Ruhand sind. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, eins! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir machen das nochmal, das war gut! Drei, zwei, eins, drei! Wir sind wir, wir sind trau'n, wir haben von uns die hohen Trau'n. Wir sind wir, wir sind trau'n, wir haben von uns die hohen Trau'n. Wir haben das super gemacht, wir haben zweimal den Countdown gemacht zum Terminal 3. Und schon jetzt hat die Polizei Panik raus und hat uns vervorteilend ein drittes Mal zu tun. Und schon jetzt, bei so einem kleinen, symbolischen Sprint, hat die Polizei Angst vor uns. Wir sind hier und wir sind gemeinsam hier. Und so machen wir weiter. Und wenn wir anfangen, den Fall zu roh'n, dann werden wir vor Ort sein. Denn wir lassen uns nicht noch mehr kaputt machen, hier in dieser Region. Ich denke, wir haben alle verstanden, wie's funktioniert. Und die Polizei hat auch verstanden, was wir in Zukunft machen werden. Wir laufen jetzt nochmal weiter. Ich kann natürlich niemandem verbieten, um zu rennen. Ich hab' keine großen Wünsche. Weihnachten brauch' ich nicht viel. Geschenke sind mir nicht mehr wichtig. Ich hab' nur das eine Ziel. Ihr wisst sicher, was ich meine. Denkt wahrscheinlich so wie ich. Ich will meine Ruhe. Mach' die Landebahn endlich zu. Weihnachten brauchen wir nicht viel. Geschenke sind uns nicht mehr wichtig. Geschenke sind uns nicht mehr wichtig. Wir haben nur das eine Ziel. Wen nützt denn der ganze Aufbau? Eine Decke doch bloß her. Aber die Leute, die knoßt. Weiß knapps Geier. Rappen slasen hier nach mehr. Die Bahn, die wird voll zugemacht. Die hat uns doch nicht gebracht, außer Lärm und Trenn, und darum kommt die Bahn jetzt weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017